Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute haben wir Solos gespielt, war sehr geil. Bevor die Runde losgeht, beziehungsweise das Video, wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr mal der Map eine Chance geben würdet. Das ist meine neue Solos-Map. Ich habe schon eine 1 vs. 1 Map. Ihr müsst einfach Elias einnehmen, dann seht ihr beide Maps. Und vergesst nicht zu favorisieren, wäre sehr geil. Vergesst nicht zu abonnieren und zu liken, kostet euch keinen Cent, wäre sehr, sehr geil. Und dann viel Spaß mit dem Video. So, ich würde sagen, wo landen wir denn? Hier gibt es doch auch so Sachen, wo ich noch gar nicht war, oder? Sieht die Map einfach nur anders aus. Ich glaube, die sieht einfach nur anders aus, ne? Aber wie ich schon am Anfang gesagt habe, vergesst nicht, ich muss mal kurz hier Vollbild machen, vergesst nicht, gerne meine Map zu spielen, würde mich sehr freuen. Oh, schon direkt gelandet. Und vielleicht sieht man sich ja auch mal auf der Map. Ähm, ja. Wäre sehr geil. Und selbst wenn ihr sie nur einmal spielt, macht gerne das Herz da bei Favoriten rein. Und vielleicht gefällt euch ja die Map. Und wenn euch die Map gefällt, dann könnt ihr auch mal öfters mit euren Freunden draufspielen oder so zum Einwärmen. Weiß ich nicht. Einfach so. Und Spaß haben. Ich glaube, ich kenne den Ort hier nur so ganz wenig, ja. Ich bin hier, glaube ich, einmal gelandet oder so. Aber bis jetzt ist mein Loot ja noch richtig Katastrophe. Oh, das war wichtig. Das ist sehr nice. Da hat mich gerade einer abgeschossen. Das war bei ihm los. Über mir ist einer, ne? Ich gebe mir kurz den Biggie. Hoffentlich. Vielleicht kommt er ja zum Blut runter. Hä, was machen die denn? Bei Switch-Spieler oder was? Ja, und das sind Gegner. Oh, ne Sniper. Sollen wir ne Sniper mitnehmen? Aber der Flopper ist eigentlich wichtig. Egal, wir schwimmen mit Pump und Sniper. Das wird doch nichts. Bei meinem Sniper aimen, das weiß ich doch jetzt schon. Ah, hier haben wir ihn doch schon, oder? Komm, vielleicht noch ausgucken. Hä? Junge, was ist denn da los bei den Leuten? Oh mein Gott. Okay, jetzt ist es over. Oh, 130. Oh mein Gott. Was habe ich mit ihm gemacht? Was habe ich mit ihm gemacht? Ach, du Kacke. Der Arme. Der 130er Hit war auch so wichtig, ne? Ja, das ist doch das Visier, was ich brauche. Oh mein Gott. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Was ein Typ, das ist der, glaube ich. Der hat die ganze Zeit da unten gecampt. Junge. Komm, wir landen direkt hier unten. Und ich habe jetzt Bock auf Fights. Wir landen direkt hier unten. Aber der Typ da gerade, der hat da einfach unten gehockt wahrscheinlich. Und hat einfach die ganze Zeit da gecampt. Und dann ist er irgendwann rausgekommen. Aber wenigstens der Typ, der da war, den haben wir auseinandergenommen. Kommen gar nicht so krass viele mit. Aber den Drop auf die Sniper haben wir. Oh mein Gott. Junge, fast geholt worden. Direkt am Anfang. Das hier eigentlich. Also das habe ich ja noch nie gesehen. Ist anscheinend bei irgendeinem Update mit reingekommen. Anders kann ich mir das nicht erklären hier. Weiß doch wirklich nicht, wo die ganzen Gegner jetzt sind, ne? Entschuldigung, jetzt einfach den Boss. Wenn die mich dann da gleich holen, dann ist es halt over, ne? Oh, ein Medikit da vorne. Oh, da ist einer. Perfekt, der soll einen Loam. Oh, und er holt den auch noch gleich. Perfekt, der holt den Boss und im besten Fall hole ich ihn jetzt. Nicht den Boss, sondern den Typen. Merkt doch nicht. Wo geht's dir runter? Ich glaube, er checkt's nicht. Oh mein Gott. Ich dachte, er hat mich. Ach du Kacke. Das war ja so knapp. Hä? Was ist das denn? Ambus-Raketenwerfer habe ich noch nie gesehen. Was ist das denn? Alter. Oh, neuster Spieler. Oh, 105er Hit. Der schmeckt doch. Der schmeckt doch. Wie kann man denn so rein-joken, wie ich gerade. Oh, gar nichts rein-joken. Auseinander genommen. Oh, hu hu. Alter, der hat geschmeckt. Oh, schade. Jo, zurück in die Lobby mit dir. Haust du rein. Ich hoffe, es war ein schönes Spiel. Hä? Ich war doch im Wasser. Ich bin noch ins Wasser gesprungen. Auf jeden Fall nicht so geiles Ende, würde ich sagen. Ich dachte, beziehungsweise ich bin auch eigentlich im Wasser gelandet. Keine Ahnung. Hier nochmal der Inselcode und die Map. Wäre sehr geil, wenn ihr mal raufgehen würdet und der Map mal eine Chance geben würdet. Und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag. War jetzt nicht zu liken und zu abonnieren. Würde mich dafür verfreuen. Kostet euch keinen Cent. Dann würde ich sagen, haut rein. Ciao.